Das Gericht bringt es auf den Punkt. Bis dato hat der Prozess keinen einzigen Sachbeweis erbracht, der Ulvi Kulatsch mit dem Mord an Peggy Knobloch in Verbindung bringt. Und es wird auch nichts mehr erwartet. Die logische Konsequenz, die Beweisaufnahme wird eingestellt. Er hat das dann sofort gehört, als der Richter sagt, keine weiteren Zeugen mehr hören. Und wie er es begründet hat, da haben die Augen dann schon geleuchtet und er hat dann zu mir gesagt, jetzt haben wir es geschafft. Also er weiß, er ist überglücklich. Er hat auch allen Grund dazu, denn es gibt keine Basis für eine Verurteilung. Das Wiederaufnahmeverfahren wird wohl mit einer schallenden Ohrfeige für das zehn Jahre alte Urteil des Landgerichtes Hof enden. Ulvi Kulatschs Verteidiger wird übermorgen für einen lupenreinen Freispruch plädieren. Ich gehe jedenfalls davon aus, dass Herr Kulatsch erwiesenermaßen den Mord an Peggy Knobloch nicht begangen haben kann. Also Erfolg für Sie auf ganzer Linie? Das kann man so sagen. Naja, es ist schon ein Riesenerfolg, aber mit einem bitteren Beigeschmack, weil wir halt immer noch nicht wissen, was ist mit dem Kind passiert. Und bevor ich ein Löffel abgebe, möchte ich es kennenlernen, was über Patrimon zu unserem Leben kaputt gemacht hat. Das werde ich nie verbinden. Selbst die Staatsanwaltschaft dürfte für einen Freispruch von Kulatsch plädieren. Die ehemaligen Eckpfeiler der einstigen Verurteilung sind in sich zusammengebrochen. Es muss erst einmal der Tag noch abgewartet werden nächste Woche. Und wenn dann der Richterspruch erfolgt, dann sagen wir, dann können wir sagen, jetzt haben wir es erreicht. Und es ist schon auch, ich betrachte es schon auch ein bisschen als mein Lebenswerk. Für Ulvi Kulatsch und nur um ihn geht es in dem Prozess, zeichnet sich ein riesiger Erfolg ab. Doch wenn er es nicht war, wer ist dann für das Verschwinden von Peggy verantwortlich? Dieses Mysterium bleibt weiter erhalten.